Steht XRP möglicherweise vor einem nächsten Riesen-Crash? Ja, das hat uns diese Woche ordentlich überrascht, dass wir auf ungefähr 0,30 US-Dollar-Cent gefallen sind und damit herzlich willkommen zu unserem Freitags-Update für XRP und damit auch nochmal an alle nur XRP-Anhänger hier ein frohes neues Jahr, kann man noch sagen, nachdem das letzte Update jetzt schon im letzten Jahr gelegen hat. Ja, und bevor wir starten, gerne dem Video ein Like da lassen, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat, und gerne in die kostenlose Talk- und Signalgruppe joinen. Link wie immer unten in der Videobeschreibung. Und jetzt genug Eigenwerbung gemacht, momentan traden wir bei ungefähr 0,33 US-Dollar-Cent. Ihr seht hier diesen Riesen-Wick, den wir hier ausgelöst haben. Wann war das nochmal? Am 2. Januar, mitten in der Nacht, auf 0,30 US-Dollar-Cent gefallen. Wir sind teilweise sogar bei Börsen bei 0,28 US-Dollar-Cent gewesen. Gut, wir sind hier auf dem Binance-Chart, da nehme ich das ein bisschen ernster, sage ich jetzt einfach mal. Aber wir haben uns dann sehr, sehr schnell wieder erholt, sind dann zwischenzeitlich in die Region um 0,36 US-Dollar-Cent wieder gestiegen und seitdem geht es wieder bergab. Wir haben uns hier oben im Endeffekt wirklich nur diese kleine 4-Stunden-Supply-Zone geholt und sind dann sofort wieder nach unten hin abverkauft worden. Aber, was man auch dazu sagen muss, das Volumen ist weiterhin hoch. Auch bei dem Abverkauf ist ein riesiger Volumen-Peak hier reingekommen, wobei es mich ehrlich gesagt ein bisschen gewundert hat, wir sind hier auf dem 4-Stunden-Chart, dass der Volumen-Peak in Anführungszeichen nur so groß ist. Weil nach so einer Candle, da wurden sehr, sehr viele Leute liquidiert, eine Long von mir wurde liquidiert. Leider lag da unten keine Order von mir, aber Spot-mäßig hat er ein bisschen was ausgelöst, weil wir blicken mal ganz kurz auf den Tages-Chart, wie es hier aussieht. Da haben wir ja schon über Monate immer wieder drüber gesprochen, okay, hier die Zone zwischen 0,28 bis 0,30 US-Dollar-Cent, das ist die Zone, auf die es ankommt. Und da haben wir, glaube ich, sogar letzte Woche auch wieder drüber gesprochen, dass das so die Zonen sind. Es ist nochmal eine Möglichkeit, dass wir hier runtergehen, muss aber nicht sein. Und zwei Tage später ist es dann wirklich so gekommen. Ja, wie geht es jetzt weiter? Wir haben eine schöne Daily Close Candle, sage ich mal hier, also mit sogar keinem tieferen Tief, sehr, sehr gut. Trotzdem, und das ist jetzt dieses große Aber, warum ich noch keine neue Long-Position eröffnet habe, da ist mir zu viel Long-Volumen reingekommen. Nicht nur auf dem Daily-Chart, auch auf dem 4-Stunden-Chart ist da einfach zu viel Volumen, weshalb ich glaube, dass wir uns diesen Bereich einfach noch einmal holen könnten. Ja, wir sind jetzt durch das kleine Golden Pocket, hier sind wir auch durchgefallen, das heißt, wir haben hier, wir blicken ganz kurz auf den 1-Stunden-Chart, damit ihr wisst, wie ich das angezogen habe, von dieser Candle hier bis zu unserem Top, sind wir jetzt durchs Golden Pocket gefallen. Wir haben die Ineffizienz gefüllt, erst einmal ein gutes Zeichen. Trotzdem ist die ganze Situation für mich noch ein bisschen unklar. Ich bin jetzt hier noch nicht in einer Long-Position wieder drin, weil mir das Risiko einfach momentan zu hoch ist. Wir befinden uns in einem Downtrend, sieht man auch hier ganz schön von unserem Top bei ungefähr 0,37 US-Dollar-Cent runtergezogen, immer wieder rejected worden. Dieses Fake-Out hat dann auch unter dieser Linie geschlossen, also komplettes Fake-Out hier wirklich. Und deswegen gehe ich hier auch noch in keine Long-Position rein. Wenn wir jetzt unser FIP-Level natürlich von unserem ganz tiefen Low bei 0,30 US-Dollar-Cent ziehen, bis zu unserem Top, haben wir einen interessanten Bereich bei 0,32 US-Dollar-Cent. Aber, jetzt kommt eben das große Aber, dieses Golden Pocket befindet sich genau in einer Niemandslandzone, wenn man das so sagen kann, beziehungsweise No-Trade-Zone für mich, weil einfach der WIC zu groß ist. Wir müssten, ganz ehrlich, sollten wir hier Long gehen, musst du deinen Risk hier unter dieses Low legen. Und das wäre ein 8% und das hat nichts mit Trading zu tun. Das ist vielleicht für Spot-Käufe nochmal interessant, wer da nochmal reingehen möchte. Aber zum Traden ist das absolut nichts. Wir müssen ganz ehrlich damit rechnen, dass wir nochmal dieses Tief hier unten bei den 0,30 US-Dollar-Cent antesten, wenn nicht sogar hier wirklich nochmal bei den 0,28. Weil, wie gesagt, wir sind bei manchen Börsen auf die 0,28 US-Dollar-Cent gekommen. Und das ist kein gutes Zeichen, muss man ganz ehrlich dazu sagen. Normalerweise werden nämlich diese Pumps & Dumps früher oder später immer gefüllt. Und dieser lange WIC, ganz ehrlich, ich könnte darauf wetten, dass wir hier diesen WIC einfach nochmal sehen und so lange werde ich hier auch erst einmal nicht in eine Long-Position reingehen, außer es ergeben sich irgendwelche anderen Sachen bezüglich SEC oder sowas. Aber da tut sich ja momentan zumindest auch nichts. Auch wenn ich dieses Jahr deutlich, deutlich bullischer in dieses Jahr für XRP starte, beziehungsweise das ganze Jahr für XRP sehe, hat sich momentan sehr, sehr wenig getan. Was ich nur mitbekommen habe, hier wurden anscheinend ein paar Coins auf die Börse geschmissen oder irgendwas mit XRP ist da gewesen. Deswegen auch die Liquidations-Candle. Aber trotzdem, wir haben letzte Woche schon mal drüber gesprochen, dass die Möglichkeit bestünde, sollte alles nicht so wirklich nach Plan laufen, dass wir weiterhin diesen Bereich um 0,23 US-Dollar-Cent sehen. Und von diesem Plan weiche ich auch ehrlich gesagt noch nicht ab. Warum? Wir haben jetzt einerseits gesehen, wie schnell es gehen kann, dass wir hier 5, 6, 7 Dollar-Cent nach unten hin dumpen. Warum sollte es da nicht möglich sein, dass wir einfach auch hier runter nochmal kommen und hier noch in diese kleine Ineffizienz füllen und das ganze Volumen, was hier unten eben drin liegt? Why not? Also für mich ist ein erneuter Crash nicht wirklich ausgeschlossen. Klar, ich würde es mir auch wünschen, wenn wir jetzt einfach nach oben hin pumpen würden, aber das gibt der Markt momentan nicht her. Ihr seht auch hier, wir können diesen Downtrend, diesen kurzen Downtrend, den wir gezogen haben, noch viel, viel weit höher ziehen und da sehen wir, es gibt nichts Bullisches momentan im Chart. Wir müssen uns damit abfinden, dass der Chart einfach nicht Bullisch ist. Dieser Wig gefüllt werden sollte. Parallelen ziehe ich mal hier zu. Klar, das war, ich sage jetzt mal, ein Black Swan-Event hier drüben am 12. Mai, wo alles nach unten hin gecrasht ist. Aber die, ich sage jetzt mal, die Parallelen sind ziemlich da. Auch hier dann, schneller Aufkauf, dann dieser Downtrend nach unten, Downtrend nach unten, den wir uns jetzt gerade befinden. Parallelen sind auf jeden Fall da und deswegen würde ich jetzt momentan erst einmal die Finger davon lassen, weder von Trading noch von irgendwelchen Spotkäufen, die unten hier wurden getriggert. Glückwunsch, wer das vielleicht mitgenommen hat. Aber trotzdem, momentan würde ich extrem, extrem aufpassen bei XRP. Solange wir nicht den Wig gefüllt haben oder den Downtrend nach oben hin verlassen haben mit einem Daily Close, ist die Chance sehr, sehr hoch, dass wir einen A9, 10 bis 30% Crash bei XRP möglicherweise sogar sehen. Ich weiß, das ist nicht das, was ihr vielleicht hören wollt. Ihr wollt vielleicht hören, 1 Dollar heute noch. Nein, damit kann ich leider nicht dienen. Wir müssen hier ganz ehrlich der bitteren Wahrheit ins Auge blicken. Aber gut, wir warten jetzt einfach mal ab. Vielleicht tut sich bis nächste Woche noch mal was. Vielleicht haben wir den Wig gefüllt. Ansonsten sollten wir den füllen, werde ich auf jeden Fall für einen Trade parat stehen. Den kriegt ihr dann auf jeden Fall in der Telegram-Gruppe mit. Gut, damit war es das wieder für XRP. XRP ging jetzt doch relativ flott. Keine guten, positiven Aussichten kurzfristig. Längerfristig, wisst ihr, bin ich da erst einmal bullisch gestimmt. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, gerne dem Video ein Like da lassen. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und ja, wie gesagt, Telegram-Gruppe joinen. Und eure XRPs nicht verkaufen. Das war es von mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Und stay crypto.